Das hier ist die kleine Betty und die Mutter Charlotte. Betty trinkt nicht selbstständig und die braucht aber unbedingt das Kolostrum von der Mutter. Wenn sie das nicht kriegt, dann sieht es ganz schlecht aus. Also wird die Mutter jetzt gleich abgemolken und dann kriegt Betty ihre Mahlzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, das mal runterschlucken, ne? Ja, die haben ja Sinn für Humor, denkst du dir, ne? So, ja, guck. Ja, guck. Ja, guck. ja und wenn euch das video gefallen hat oder auch nicht dann abonniert trotzdem gerne unseren kanal schreibt einen kommentar oder das video setzt ein like ab oder ein dislike ist völlig scheißegal denn wir brauchen 1000 abonnenten damit youtube ein bisschen geld in unserer arbeit steckt und völlig klar ist auch wir und unsere tiere und unsere arbeit wir wollen youtube stars werden danke